Du hast deutlich schlecht reiht. Also das ist halt ein riesen Problem. Schissner, halt. Aber es gefällt euch hoffentlich trotzdem. Macht ja darum nach oben. Tschüss. Ja. Der Red Buff Tristan habe ich mir auch mehr erwartet. Ich würde, ich würde hier bis gerne in einer Einheit sagen, ULTE nicht, so. Das wäre für mich... Hallo. Hallo. Ich habe den Rekursiv-Bogen. Ich habe Elise. Oder braun. Im Prinzip ist es egal. So, eben hatte ich nach den ersten vier Runden zwei Items. Nach den ersten vier PVE-Runden. Da würde ich sagen, diesmal nach zwei Minions genauso viel. Da würde ich mich sehen. Ich wollte Tristaner nicht nehmen mit Rekursiv-Bogen, weil die nur ein Gold wert ist. Hm. Ein Rekursiv-Bogen ist 20 Gold wert. 20, 20 trifft es nicht mal ansatzweise. Ich bin keinem Gold aufzuliehen. Oh mein Gott. Ich habe beim ersten Minion ein Item bekommen. Beim zweiten auch. Ich noch nicht. Braum braucht zu lange, um beide zu töten. Okay. Also ich muss sagen, ich kriege das im R-Ding unendlich oft. So. Is it Gunslinger, boys? Während ich mit Maxim spiele. Was ist denn deine Main-Taktik? Aktuell? Ja, ich spiele einfach nur Sorcerer nicht gern. Oder bin dann mit Lulu. Ja, ich spiele schon ziemlich viel Sorcerer. Also ich öffne meistens immer noch mit Noble oder Wild. Das ist so immer der Standard-Shit. Ja. Und dann gehe ich halt, aktuell gehe ich ein bisschen mehr Richtung Shape-Shifter, weil ich dachte, dass der Elise-Buff vielleicht ganz nett ist. Aber der ist halt dafür immer noch kacke. Sie hat halt Life-Stee, aber irgendwie keinen AD-Bonus. Also du kannst sie, glaube ich, mit Items vollstopfen. Ja. Aber sie kriegt ja keinen, also sie braucht ja trotzdem Attack-Speed und AD. Ja. Und beides kriegt sie halt gar nicht rein, so. Ja, und das ist halt richtig schwer, finde ich. Man kann auch sagen, man nimmt nur Attack-Speed. Aber ich weiß nicht, ob der Base-Schaden reicht für diesen krassen Life-Steel. Nein, ich glaube leider nicht. Justice. Ja, was kriege ich denn jetzt mit, äh, Ganzlinger? Hm? Kriege ich einen kurzen Quick-Guide? So, wie? Was kriege ich? Nee, was gehe ich denn? So. Also ich fand immer, ich finde Ganzlinger Steady übelgeil. Ganzlinger Blade Master Lucian ist auch insane. Oder Blade Master Tristana. Das hat richtig abgefuckt. Okay, ja. Ja, ja. Aber so, weiter. Uh, wenn man das Static anspricht, Leute, dann kommt's auch. Ja, ich hab leider diese zwei Items, die ich am Anfang bekommen hab, waren auch alle Items, die ich bekommen hab. Da. Kann man nicht mehr zufrieden sein. Oh, schön. Okay, wir haben Phantom Dancer bei Bedarf und wir haben Static. Das ist richtig, richtig gut. Aber ich will nicht Vayne spielen. Ich finde, Ranger sind immer noch so scheiße. Okay. Der Flame. Die kriegen einfach random Attics. Der einzige gute Ranger ist Kindred und nur wegen der Ult. Naja, Ash ist auch. Ash ist auch brutal. Das stimmt. Ash würde ich auch noch gehen. So eine Ash, die zu beleidigen ist. Oh mein Gott. Es ist einfach Garen, der zwei Assassins hat. Das heißt, ich muss auf Garen gehen. Aber ich hab Kassadin Level 1 und der ist bekanntermaßen einfach broken. Ja, außerdem hast du doch auch Garen. Naja, das kommt auch dazu. Aber im Prinzip, den Fight hat wirklich Kassadin gewonnen. Das ist halt leider dumm. Aber er drained von einem das Mana weg. Hätte sich der Garen gedreht, wäre es overgewählt. Aber wie kann man sich denn drehen? How can you spin? Spin to win. All night long. Wie viele Stanas haben wir denn hier schon? Hier haben wir eine Vayne und einen ganz länger. Du, du bist Stana Level 2 und hast schon alle Items, du hast draufgepackt. Oh, hier ist einer auch nicht schlecht. Gegen den will ich nicht spielen, bitte? Bitte? Ist ein Level hochgegangen? Ja, genau. Nur Level 1 saß, ne? Mach jetzt mal kurz deine Tristana aufschlitzen. Keine Sorge, sie hat eine Bombe geworfen. Mit vor allem Blutdürster. Blutdürster hält sie echt am Leben, bis zu dem Punkt, wo ich Q. Aber hätte der nicht gemacht, hätte ich halt... Bombe! Hey, warte mal, warum hat meine Bombe kein Damage gemacht? Ah. Alter! Nee! Aua! Easy one! Völlig souverän! Einmal 1 AP. Aber ich bin in die Zeile runtergerutscht, das war actually pretty good. Not even close. So, Leute, gehen wir Double Elise. Is this a opportunity? Die ist das einfach so scheiße, ich kann sie nicht mal angucken. Aber das ist irgendwie nichts. Eigentlich habe ich noch kein einziges Item verteilt, nur du hast halt mit zweieinhalb Items verloren. Hallo, ich habe gewonnen. Ich war Verlierer der Herzen. Und zwar hat es vier Units. Oh shit, ich habe auch vier. Und rein. Da haben wir noch einen Garen reingezahlen. Sehr gut. So. Oh, Karsix, ich liebe dich, dass du diese Backline Tristaners einfach zerfleischt. Das ist einfach supergeil. Traumhaft. Zack, und jetzt bei jedem noch ein Out-Attack. Sehr gut. Frage, ich werde dich da durch die erste Reihe geschoben. In die erste Reihe. Das will ich nämlich nicht. Ich würde auch nicht Vayne gehen, Leute. Könnte aber Vayne ist so scheiße. Oh nee, mein PC freest. Freest. Vorbei. Oh Gott. Ist das wieder die Hitze? Ah ja. Die Hitze, Hitze. Ja gut, ich komme in fünf Minuten wieder. Mal gucken, was ich richtig habe. Zwei Rekursivbögen. Einer ist weg. Spatula ist auch weg. Spatula sind gut, die Lenken von den Rekursivbögen. Das ist nicht schön. Und. Ah, da. Ah, okay. BF war wichtig. Finde ich auch. Ist okay. Oh. Ich glaube, der Rekursivbögen wird nicht bis zu. Hallo. Oh. Ja. Das war so wichtig. Diese eine Runde ging nicht verlohnsam. Danke, Charlie. Du hast ja legit den Level, du hast ja den ganz Linger und Pirate versaut. Warum auch es rechse? Ich weiß mich ja auch ein bisschen. So, wir haben erst mal einen Keseiden. So. Das ist ja kein weiterer Assassin. So, alles irgendwie scheiße. Ja, der Kasek ist schon ein bisschen besser. Wir können den Gangplank aber reintun, dass es ironischerweise die beste Unit ist. Ach, Rekursivbögen ist so gut. Ba, ba, ba. Das sind zwei Stück. Ich brauche noch einen Hypercarry jetzt. Och nee, der hat einen Kasadin mit Bloodthirster. Der ist einfach... Der Kaseks mit einer Träne und Spear. Macht einen Out-Attack, dann Q der. Oh, das sollte sogar funktionieren. Ach, die Rengar-Uli ist immer noch so buggy, ne? Der macht einfach gar nichts. Alter, Kasadin 2 ist so Baste. Der gewinnt alleine alles. Warum der hat den Kasadin 2 mit dem Bloodthirster? Ja, gut, das ist übertrieben. Illegal. Scheiße, ja. Mach den Kasadin dick. Nein. Warte, ich spiele ordentlich. Ich spiele ihn ganz länger. So. So, zwei Stück haben wir jetzt hier schon mal. Okay, ist los. Geben wir jetzt Phantom Dancer oder Static? Ich glaube, wir geben das mal Static. Ja, 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 ja. Machen wir so. So, jetzt zählst du den wir nicht gehen. Okay, springen wir auf jeden Fall gut hinten rein. Bssst. Die Anzeige der Ultz-Türz-Türz-Türz-Türz-Türz-Türz-Türz. Abfall-Lieten kennt man. Kennt man, kauft man. Im allgemeinen Sprachgebrauch verankert. Apfelitis. Apfelikum. What the fuck. So, soll ich mal Tristana disarm uns tätigen lassen? Nein. Ist wahrscheinlich die Antwort, die ich hier treffen möchte. Ein großes Nein. Großes Nein. So, jetzt bitte noch mehr Rekursiv- Give it to me, bitch. Der Rekursiv-Bögen auf den Gangplank ist, by the way, echt unpraktisch, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gerne einfach überhaupt ein Item, weißt du? Ich habe gar nicht so die Ansprüche. Okay, das ist schon mal eins. Haben wir uns schon mal aktiv gesteigert. Das ist schön. Ah, ich habe nur einen. Also, ich habe keins von denen mitbekommen. Oder? Nope. No item for me in Gaming. Das ist gar nichts. Ja, Kleines ist absolut kaputt. Okay, ein Rätsel. 10.000 Zuschauer, Leute, ihr seid. Vielen Dank, dass ihr so viele da seid. Aber es ist ein Rätsel. Wie kann Maxi Markov spielen? Neben der Tatsache, dass ich mit denen erst schlafe, wenn die tot sind. 12K. Vielen Dank. Thanks. Who is down? Er ist auf dem PBE. Sehr gut. Kann man am Namen kennen. Das ist der Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ah, hier ist der Pike mit dem Items. Aber der hat immer noch Pike 1. Oh mein Gott, das ist ein Noble Khazadin. Wie soll das gehen? Wie soll ich den? Das ist ein Noble Khazadin. Das ist Tana, der ist btw. noch Level 1. Also ich spiel hier auf ultra schwer. Ja, der hat einen Pike 1, der aber einfach nur mit Tier und Spear einfach nur nonstop ultet. Find ich gar nicht anstrengend. Ja, hier fühlt er sich auch noch wohl. Aber sobald du cornerst, hat er echt ein Problem. Ja, ja. Dann ist seine Scheiß-Zeit endlich vorbei. They picked the wrong fight. Ja, dass der mich hier so hängen lässt. Das ist Tana. Du musst doch mal Level hoch gehen. They picked the wrong fight. Ja, wir nehmen die Runde noch so. Puh, puh, puh. So. Oh, Noble Khazadin. Schade. Ja, den hatte ich für uns auch. Also der hat anscheinend auch Noble gekriegt bei dir. Das finde ich auch sehr gut. Oh, Tristana, der 1. Du bist halt so bad. Dein Static macht einfach dreimal so viel Schaden wie deine Auto-Attack. Und der hat auch nur Chain-Rest bekommen. Der ist nicht vom letzten Game. Der ist genau ich vom letzten Game. Klatscht, klatscht. Klatscht. Den Kha'Zix lassen wir mal noch drinne, Leute. Kha'Zix kann noch so ein guter Backline-Diver sein. Klingst natürlich einer der besten Frontliner. Der Welt. Der Welt. Dann hörtest du mal wieder. Ich gehe einfach auf Ganslinger, aber es sind einfach alle Level 1. So, und ich sehe einfach Shen Frontline. Und ich sehe dich. Mein Kha'Zix ist einfach AFK. Das ist einfach mit vier Leuten, der hat einfach nichts. Und dein... Ich sage, ich habe dich besser geslingt. Deutlich. Aber verkaufe mal deine Units. Gib die mir alle. Nein, warte mal. Wenn man sehen kann, kannst du damit nicht umgehen. Hallo, ich bin... Perfekte Lage fürs Karussell. Man muss das immer positiv sehen. Das stimmt. Das hätte mich... Der Loose hätte wirklich einen Vorteil gemacht. Rekursivbogen. Och nee. Schugert. Das ist aber jetzt gar nicht das, was ich wollte. Na gut. Was habe ich denn auf der Tristana noch drauf? Hm. Oh, Chainlist. Mal wieder? Ja, das ist nicht so gut. Das Original. Ich glaube, ich gehe das, ja. Ich hätte nur noch Titanic Graves machen. Äh, ja. Gangplank. Aber das ist ein bisschen besser. Ich weiß. Aber da kann man schöne Blutdörster machen. oder mega MR. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen Gold verrollt. Ist so geil. Oh, ah, ich habe getreut. War mir nicht so schlimm, glaube ich. Pew, pew, pew. Bam, 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 bam. Ich bin jetzt endlich mein Statics. Insta-Win. Los. Was? Static Insta-Win? Ich hätte gerne Tristana, Alter. Weißt du, was für eine Tristana? Die Zweier, ne? Level 2. Alter, Karzix, well played. Alter, what the fuck? Starkes Ding. Alex, ich. Das ist einfach nur 2-1-1-Puppy. Das ist halt einfach zu schlecht. So. Ja, gut. Ich kann jetzt den Karzix rausziehen, aber der hat gerade mich so hart getarriert, Leute. Ich kann ihn jetzt nicht betreuen. So, ich gehe jetzt pissen, by the way. Tschüss. Ah, das ist doch jetzt solid. Damit kann man ja auch fahren. Ja, das wird natürlich ganz länger gehen, denn in der Runde gegen Maxim, das ist natürlich auch schon... 2-1-1-Puppy hat 5 Units. Okay. Okay, okay. Wollen wir noch eine Spatula kriegen in dem nächsten Ding? Dann eine Tech-Speed und dann ganz normal. Zurück vom Klo. Grüß Gott. Wir kommen zurück. Say hello to Jesus. Okay. Bescheidenheit ist seine große Stärke. Sag hello zu Jesus Christus. So, der Item-Battle beginnt, Leute. Meine Liste stehen Rekursiv-Bögel und BTs. Also los. Alter, der Karzix. Du sollst doch ein bisschen tanken. Oh mein Gott. Kein Item. Oh, doch, da ist er. Also, ich habe 5 Items bekommen. Guck mal bitte meine Gegenstände. Ich könnte jedem Disarm geben. Alter, es ist halt illegal, was du machst. Wir machen voll... Wir gehen auf full Disarm, Leute, Leute. Leute, Leute. Full Disarm. Okay? Das ist das Illegalste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe keinen Bock mehr. Können wir greeden? Ich meine... Also... Ich meine, das ist schon... schon retarded, ne? Aber... Ist das so? Aber Disarm mit ganz länger ist ja sogar... Die wird keiner mehr angreifen. Ist ja sogar legal. So, wir gucken, wie auch das jetzt kommt. Kommt gar nicht so häufig. Ich glaube, jetzt darf sich keiner mehr bewegen, to be honest. Okay, also hier sind viele AFK von denen. Es ist halt relativ witzig, muss ich sagen, dass ich immer noch lebe. Okay, also der war ultra strong, by the way. Wer war das? Ja. So, ich mache auf jeden Fall nicht Rageblade Gangplank, Leute. Gegen wen hast du denn gerade gefeiert, der so stark war? Ah, nee, wisst du was? Irgendein Ari, dude. Wisst du was? Wir verkaufen Gangplank, stellen den nochmal rein und geben ihr Rageblade. So machen wir das. Hä? So. Full Disarm. Ich will nicht gegen dich fighten. Ich glaube, Disarm mit meinen ganz Linge, das verträgt sich gar nicht so gut. Das wahrscheinlich nicht. Hoffentlich nicht. Ja. Der Bloodthirster Kasirin ist immer noch anstrengend. Kasex muss streichen, loswerden. Tastana, wo möchtest du angreifen? Kannst du dich bitte entscheiden? Ah. Der Arrow, Alter. Falsche Entscheidung. Der Arrow war richtig mies. Eieieieieie. So, wir müssen noch auf jeden Fall den hier rausmachen. Der passt nicht in meinen Konzern. Konzern. Ich würde den Pirate mitnehmen sollen, das wäre gut gewesen. Könnt ihr euch noch einen Pirate machen? Genau das war auch gerade mein Überlegung. Da ich leider gerade keinen habe. Ah. Ja. Eigentlich in unserer Ausgangslage für Funbender im Chaos-Zell ist gut. Duck Hydra. Alter, was ist mit ihm passiert? Mehr des Arm, Leute. Ja, ist gut aus. Oh Gott, die Karte. Alter, das ist der dümmste Fight, den ich je gesehen habe. Aber der Pike macht immer noch einen sehr guten Job. Aber ihr seht, das Arm, Leute, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, fünf Prozent, dass es passiert. und zählt für eine halbe Sekunde. Alter, vier Ranger haben gerade schon noch hart abgefuckt, muss ich sagen. So, wo ist mein Spatula? Da hinten. Ach, Kacke. Two, one, Poppy will da auch hin, ne? Oder will er zum kompletten Item? Er will zum kompletten Item. Spear of Soul-Gin, dieses Ding da und Spatula, das ist halt schon... Ein, great. Das ist schon insane, was das hier am Angebot gab, ja? Draven. Draven, Draven, sagst du? So, also wir sind ja, wir kriegen jetzt gleich ein Level ab, auf Level sieben. Machen wir Draven rein, machen Pirate, lösen wir kurz auf. Zur Pirate-Auflösung, stattdessen Draven und Shen. So. und du auch noch. Boom. So, es beginnt. Steig. Hey, Alter. Okay, wir können, können wir 6er Blade Master gehen? Maybe, right? Disarm them. Peng, peng. Oh. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Das hat peng, pengt auch bei mir hier. Peng, peng mäßig bin ich, bin ich auf Kurs. Welchen Blade Master hab ich denn vergessen? Fiora? Fiora ist noch einer, Bah. Bah. Blade Master ist wirklich, das spießt halt wirklich auf Schmer. So. Doppelbrennt. Dead Man, tell my tale. Leute. Seht ihr das? Kaselin kommt welche Spalte raus, Leute. Keine Sorge. Okay, das können wir gleich machen. Warte. Fetter Goon raus. Goon raus. Disarm. Say my name. nein, 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 warte, 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 warte. Warte, warte, nächste Runde ist super wichtig für mich, Alter. Also du kassierst. Aber ich schlage zurück. Disarm. Nein. Doch, jetzt. Nee. Warum die Bombe? Die Bombe ist so kacke, ne? Oh Mann, die Bombe war auf jeden Fall nicht worth, ey. Dass das Arm funktioniert ist bei der Weg gar nicht, Leute. Ich dachte, gegen mich wäre es gigabroken. Nope. Es steht halt nichts da, ne? A chance. Kein Stat, gar nichts. Es gibt Armor. Oh Gott, Draven scheint aber bald richtig, der leuchtet bald richtig hart. Draven 3 raus ins Ei. Wenn wir den für den nehmen und den für den und dann den spielen, dann haben wir es. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Pirate im PvE Rounds ist sinnlos, ne? Ja. Ist sinnlos. Ich wollte auch jetzt nur auf MF die ganze Zeit. Kann ich Lucian ersetzen, habe immer noch vier ganz Linger. Und noch Pirate. Einige würden natürlich lieber Greyster setzen, aber das sind ja die naiven Menschen. So. Redemption könnten wir auf Draven bauen. Es kommt nur Scheiße raus. Oder a chance to silence. Also sie spielen Silence Disarm. Leute. Das hört sich aber schon nicht gesund an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. So, der ist ein bisschen Imperial, ne? Ne, warte. Okay. Also. Dem bin ich zu weit weg. Ich habe jetzt vierer Gunslinger, sechser Blademaster, dreier Pirates, einmal Exile. Das, das klingt auch gut. Ist das ein MR? Ah, dieses Spanish Item, weiß ich nicht, ob das so worth ist, Leute. Okay, das, das, das müsste ich jetzt. Boah, das ist ein dicker Aurelion. Aber wir haben ja alle MR und Armor, Leute. Das müsste ich mir eigentlich richtig gut überstehen. Das ist quasi indirekt ein Tank. Alter, sechser Blademaster. Knallt durch! Alter, denen habe ich so viel Damage in die Fresse gegeben. Das ist, das ist insane. Also das armen sie doch mal. Die können sechs, wir können vier, ganz liga, zwei Leute nicht das armen. Okay. I mean, it's, it's possible. Aber ich weiß nicht, ob ich unter 40 gehen soll, Leute. Was ist das, was wir machen? Wir nehmen jetzt hier Kisai denn raus. Wir machen jetzt den dorthin. Spielen einfach eiskalt Double Draven. So. Aber wir brauchen noch einen Frontliner. Vielleicht minde ich aber doch das Banish Item. Ich meine, sowas wie BT, also für einen Bluetooth können wir ihn niemals bekommen. Like never ever. Okay, wenn wir gehen, oh, was hat der denn alles auf seinen Aurelion? Das ist ja, das ist ja unangenehm. Alter, die Sugar-Dolls. Oh, die im F-Ult klatscht. Lol. Oh, die klatscht so gut. Okay, also wenn man, wenn das armt, Leute, das armt man noch die Kindle-Ultimate. Die ist halt so verbuggt, ey. Die tut mir dann richtig leid. Eieieiei, das, 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 ja, apropos richtig leid schon, ne? Das hat grad richtig weh im Gesicht. Also der Aurelion, der stellt mein Line-Up hier dann doch vor das ein oder andere Problem. Ist das so. Ein bisschen mehr Glück wär nicht schlecht, bitch. Nur noch 40 HP ist echt nicht. Wenn ich bin nicht so wie du, drei. Ich wollt grad sagen, tell me about it. Wir hätten sieben Nase haben können, aber ich weiß natürlich was im Nachhinein. So, disarm them. Quickly. Pike, wo, 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 wo gehst du hin? Da gehst du hin. Shen-Ult? Alter, die Ult-Animation. Was macht denn die am F? Die geht spazieren, die dumme Sau. Du wolltest was ganz anderes sagen als Sau. Natürlich. Ach, Mann, ey. Da, 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 da. Ach. Na gut, Leute. Puh. Das Problem des armen, Leute, ist, by the way, dass die Unit immer noch Mana generiert, wenn sie angegriffen wird. So nah. Shapeshifter nah. Das ist halt ein bisschen schmerzhaft. Ja, ich muss sagen, 6er Blade Master, Frieder Gatzlinger, sah gut aus. Draven? Ja, ich muss sagen, da ist ein bisschen wenig CC drin. Was hast du denn gerade in deinem Leiter? Draven oder MF? Mach ich da. Kriegst du einen 3er Draven oder was? Ja, ich hab schon 2. Ja, dann geht auf den Draven. Klatscht. Das ist wieder gut für Stunt, ey, ne? Die Klicks kommen. Jaja, es muss, es muss. Ich meine, hier geht's ja auch langsam um MF. MF ist auch nicht schlecht, da ist noch den Pirate Buff, aber ich hab so wenig HP, Leute. Ich muss jetzt, glaube ich, langsam auf den Hardcarry setzen. Also, wir werden das jetzt, wir werden jetzt auch die nächste Runde nicht überleben. Also, ich muss jetzt halt richtig, richtig rollen, Guys. Mann, ich kann nicht richtig sehen, was auf meiner Bank ist, oder was? Okay, ja. Ah, nee. Ja. Alter, wenn du halt alles Werfer kriegst, aber nicht oft genug, ne? Okay. Ah, shit, ey. Wird echt viel verbraucht, Guys. Zwischendurch gibt's hier so ein paar krasser Explosionen. Ja, du disarmst sie jetzt. Ja, sehr gut. Ja, klar. Ja, klar. Du disarmst sie. Du bleibst so. Hör auf, Ich freu mich schon auf deinen Loons, Draven. Alter. Das ist halt gleich da. So, Alter, was? Ich kenn ja, ist hier mit, na? Oh, die seht schon so aus, Asak. Alter, Leona, hör doch mal auf, mich zu treuen. Vierer Units, die fahren ihr Karussell. So. Pushen 3 ist doch schon mal was. Doch, Leona. Ja, irgendein, Hauptsache, irgendein Tank. Ich muss sagen, also die beiden ganzen Komponente hat einfach kein CC, kein Tank, gar nichts. Alter, wie einfach der Chogart von ihm einfach nur disarmt bis zum Ende seiner Tage war. Ja, aber er kriegt ja trotzdem mal, oder? Oh, was war das bitte? Was war die Nault? Tschüss. Das überlebe ich nicht. Doch, oder? Ei, gar noch so. 3 HP. Ja, easy. Comeback ist drin. Comeback ist drin. Die O, Na, geht bitte nach Hause. Wir machen jetzt auch Leute mit Chogart. Aber du kriegst ja jetzt erstmal Creepround, ne? Ich krieg jetzt erstmal zweimal Draven, hab ich. Ah. Kann ich nämlich den Draven auch erst mal verteilen, ne? Chen, überlebt mal mehr als eine Sekunde. Ne, der greift nicht an. Nö, nö, nö. Na gut, ich verteil mich trotzdem, aber du wirst nicht angreifen. Ey, wenn der Auto attackt, das geht nicht. Ja, aber erstmal wird er ja in die Luft geworfen, ne? Ja, erstmal chillt er sein Leben, das stimmt. Aber wenn der Auto attackt, dann, dann, dann kann ich euch sagen, dass das Arm nicht funktioniert. Ja. So. Oh. Gunslinger, late, okay, er fliegt halt wirklich hoch. Ja. So, und jetzt. Ja, sehr gut. Gut. Das hätte mich gewundert. Wenn der hier, wenn der einen Auto attack macht, dann glaube ich auch nicht mehr dran. Ja, jetzt die Dodge so. Die Dodge soll auch noch da. Ja, sehr gut. Free Browns kann ich. So, wieder Leona, hör doch mal auf. Stop it. Da. Oh, oh, oh. Wieder Seju. Ich will ja viel wieder, oh, no, komm, jetzt, weh mal. Dana. Komm, Seju weg. All in auf Joe. Ah. Ich meine, du hast doch viele Upgrade-Möglichkeiten, ne, aber. Alter, die lauern hier. Aber ich hätte auch gern so was. Ja, genau. Wirf den Mordecaiser auf. Na klar. Der Nischen beginnt erstmal mit 1 HP. Ist tot. Ich kenne wir doll. Ja, gut, Leute, ne. Das war eine weitere Folge TFT mit Maxim. Beide gehen Blademaster, beide kriegen aufs Maul. Könntest du daran liegen, dass ganz länger Kacke ist. Nee, ganz länger ist supergeil, aber das Arm, GAM. Also normalerweise hätte ich ja keinen angreifen müssen. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.